Das ist eine Skulptur aus dem Jahr 2019, die ich ein bisschen überarbeitet habe. Es ist die Ruhe der Kontemplation. In Contemplation heißt die Skulptur. Das Sockel ist eine Buche mit schwarzem Schellack eingelassen. Und das Holz ist eine weiße Zeder. Ja. Ja. So weit. So weit. So weit. So weit.